Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Maschine, wie du sie noch nie gesehen hast. Die Maschine, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Die Maschine, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Die Maschine, wie du siehst, wie du siehst. Die Maschine, wie du siehst, wie du siehst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Ding, das uns totsehen will, es übernimmt Orte wie diesen, oder noch Killer-Maschinen. So ein bisschen fest ist. Sogar der Berg ist bis ins Merk verdorben. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wie geht's dir so? Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt. Kein Utaru hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Um dir und Aloy zu helfen und Fahrt zu finden. Du hast das Richtige so. Das ist das Richtige so. Das ist das Richtige. Und geben einen Weg frei. Das ist das Richtige so. Weih! Was ist das, was ist das? Die Platte stellen? Meinst du sowas? Gut, bleib da. Das war jetzt alles gut. So, jetzt sollte ich da hochreißen, Anfänger. Was ist das da hinter der Waffe? Mehr Säulen. Vielleicht komme ich rüber, wenn ich sie in die richtige Position kriege. Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Hast du einen Weg rüber gefunden, Aloy? Ich arbeite dran! Die Kiste sollte schwer genug sein. Ich glaube, ich kriege die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Okay, es wird doch. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freilegen. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein. Die Zahnräder müssen an der richtigen Stelle sein, um einzurasten. So, jetzt sollte ich rüberkommen. Sie ist so weit oben. Fall nicht runter, Aloy! Wie läuft's denn da oben, Aloy? Ich glaube, ich hab's gleich. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Ich glaube, ich bin super 52. Okay, jetzt kann ich rüber. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Eloy, wo willst du hin? Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Super. Wow, das war ein Weitersprung. Okay, wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Wie komme ich wieder hoch? Ist alles okay da unten? Ja. Ah! 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 Ha! Okay, mal sehen, was wir tun können. Geschafft! Kommt rüber, ihr zwei! Wer ist das? Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Schütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Nebenleitungen NOM KX umschalten. Rüstungsauswertung abgeschlossen. Ich glaube ich kann auf einem der Metallwagen mitfahren. Rüstungsauswertung für Einheit D1 erhöhen. Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat hier Festes vor? Da war Matrix 5. Was? Über uns! Sie ist in der Luft! Nicht loslassen, Eloy! Jupp, wer hätte das gedacht? Drei Stoffversorgung von Einheit D1 erhöhen. Ich muss loslassen. Drei Stoffversorgung von Einheit D1 erhöhen. Drei Stoffversorgung von Einheit D1 erhöhen. Drei Stoffversorgung von Einheit D2 erhöhen. Um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war immer ein Teil von etwas Gutes. Etwas namens Gaia. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Oh nein. Was hat Hephaestos ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die... ...früher oder später genutzt werden wird. Und dann... ...ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. War. Bereit. Wir müssen da runter. Так, es wird weiß. Wir müssen da runter. Wir machen das mit mir. curly Ich bin... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020